Sie wollen fit werden? Na klar, mit uns werden Sie es. Kommen Sie mal hier rüber an unsere Laufbahn, hier bei SHS, wir machen Sie fit. So, dann wollen wir es einstellen. Wir fangen gleich an bei der Nummer 10, würde ich sagen. Ein junger Mann, sportlich, dynamisch, da geht was, da kann was mit. So, gehen ist was. Ein junger Athlet, früher Zehnkämpfer. Wollen wir mal schauen, was er noch drauf hat. Er gibt Gas, er gibt Gas. Nein, er muss sich nicht immer festhalten, er kann das auch freihändig. Na klar kann er das freihändig. Er geht nämlich auch gern berghoch und das wollen wir jetzt mal sehen. Schauen Sie sich das an. Ein Praktiksympte. Das ist Timo. Er kann vorwärts und rückwärts gehen, aber manchmal bringt er es eben nicht zu Ende, wie wir Timo eben kennen. Zeigen Sie, dass Sie es besser können. Kommen Sie vorbei, hier bei Stand Nokia. Bei der Herbeshung Prego ist wichtig, ist das schon Hej, da etwas in derzent. Teil 국 microfibau hat siereguliert, Elle lässt sich zit auferen. Vielen Dank.